und damit einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch zu einer zweiten folge von natürlich mit dabei ist der gute crazy wiese aber überrascht mich immer wieder ne leute einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen und hoffentlich zu unserem sieg leute unsere ersten sieg danach wenn wir jetzt siegen können wir auch sofort auf und jetzt kann er passen hier vorne ich stehe frei was macht er denn das falsche richtung voll ja wir sind blau wo läuft der lang hier josh josh das falsche richtung wieso das hat doch hier ein bumi macht du kannst auch andere richtung haupte du fährst hier einmal über den links hier achso das ist egal weg ist snackt hier eh ne weg warte hier oh ich kriege die einfach nicht ne also ich hinterher fahre ich irgendwie keine chance so richtig weg ist snackt hier ach scheiße hab ich in der kurve wieder gekriegt wir haben kurz gesettet wenigstens wenigstens was so wie ist der ball ah den haben wir wir sehr schön so ich räume die hier alle mal so ein bisschen aus dem weg ja das ist sehr gut ich snack hier einfach weg ne von der anderen seite ihr beide macht das da zack ich snack hier jeder eine nach dem anderen weg schreien doch nicht dabei so uuuuua klar ich steck die alle weg gerade eben hat er noch nie sagt ihm gefällt das nicht mehr so ne leute zack oh alter glaube ich 4 oder 5 sacks hat gerade nach dem anderen hier doch wegsacken ist geil so wir haben wieder einen ball so 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 ich einfach mal versuchen zu werfen ja ja wenn du es schaffst rum sind es hier zwei im nacken einmal im nacken warte 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 ey ich hab doch eben schon gedrückt mach zu josh oh du fangosch scheiße pass doch pass doch mal josh ah nicht pass doch nö ist doch ok wenn er durch kommt ist alles cool wenn er durchkommt ist alles cool ja jetzt hat er deine beine wie verloren du kackglappen Ja komm, also ich mach ihm absolut keine Kritik keinem Spieler gegenüber aktuell, aber wir sind hier definitiv auch keine Musterklamm. Jetzt hat er mich weggekloppt. Ah, ich hab da um zu lang gedrückt man! Ah ne, was ist denn links oben? X. Ne, oben ist Y. Ja ne, du musst, äh, X, kannst du, wenn du Ball hast, kannst du die Leute ausweichen. Ah, fuck Leute, das war jetzt dumm mit Part Wayne AFK! Einer, ich bin es nicht erwischt. Ah. Oh, fuck. Gepasst, mein Gott. Okay, ist egal. Helfen wir jetzt mal langsam? Wir werfen uns, glaub ich, irgendwas mit den Atex. Ah, fuck, jetzt hat er. Aber wir halten gegen mittlerweile, ne? Also, wir lassen nicht wirklich was zu. Bist du dabei? Oh, nein! Hast du dich grad echt verpasst, Alter? Oder vielleicht dich jetzt hier weggeknippelt, Alter? Ja. Komm her. Oh, nein! Ich hab dich schon wieder verpasst. Aber dich halt weggeknippelt. Ich hab halt auch daneben geworfen. Warte, 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 warte. Bam, Alter, weggeschnippelt. Wenn dein, 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 äh, deine Kamera, ähm, rückshält, dann, äh, fuchseautomann schnell hinten. Das ist klar. Ja, das ist auf jeden Fall... Oh, was hab ich jetzt alles weggeknippelt? Boah, was hat er denn immer? Okay, ich hab schon was hab ich erwischt. Mann, du... Ah, jetzt zurück, aber da ist ein falsches Knopf, Alter. Alter, okay. Dammt, da haben sie mich jetzt grad gut ausgespielt. Gut gemacht. Kannst du mit den Banden so hoch springen und schneller werden? Das war ich noch nicht. Wo hoch? Ach! Falsches Tremel... Okay, jetzt haben sie... Nee, du kannst auch ausweichen, wenn du den Band hast. Naja, es gibt hier ein paar Knippe, die ich noch nicht gedrückt habe. Da, wo du auch die Leute umrappst. Genau, die sind gleich. Ach, okay. Da müssen sie wahrscheinlich im richtigen Moment wieder drücken. Okay, die bauen jetzt hier grad gut auf. Ja, die fallen auf zu drinnen sind, ne? Da hat man keine Chance, Alter. Wenn einer von uns einen Ball hat... Guck mal, auch noch ein. Wenn einer von uns einen Ball hat, dann... dann... ... hätt der Meister alleine. Ja, zu dritt ist ja eigentlich auch richtig. Aber das kommt... Ja, wir sind meistens... Wir sind viel zu verstreut, ja. Wir sind nicht im Dreierteam so richtig. Was macht der denn? Oh, hat der den ihm geworfen, oder? Ja, ich sehe es. Was macht der denn? Oh, hat der den ihm geworfen, oder? Was? Was? Ich war voll verkürzt. Alles gut. Was passiert? Ja, wir verlieren das Ding. Ich komm halt auch nicht ran, ne? Es ist halt echt so... Mann! Hat der den gedrückt! Ficken, Alter! Aber wir sind so alt und so blut für das Spiel. Oh, mein... Wenn wir vor zehn Jahren hätten wir jetzt schon hier gefunden, oder so. Wir haben noch nicht mal... Ja, komm... Wenigst... Einer von uns wenigstens ein Goal. Aber ich guck... Jetzt ist es irgendein Schlippverteil. Ah, komm, noch eine Runde hier. Boah! Aber gut, in der Fanleiter steige ich trotzdem nach oben. Bringt ihm das nix. Das ist richtig. Also noch nix. Komm! Einer von uns... Einer von uns... Auch wenn wir nur eine Runde haben... Wirft derjenige. Ah, ich hab äh... Conor hat noch was Fans jetzt an. Das sind aber die ganz Harten, du. Die haben keine Ansprüche. Da hast du recht. Da hab ich nur 96. Okay, alles klar. Sehr schön. Die sind blau. Ja, die sind blau. Ja, die sind blau. Ich hab den Ball. Ist da vorne wohl? Gibt jemand? Ich hab mal... Ball gepasst. Baaang! Ey, krieg die Kacken hin! Haben wir noch den Ball? Wir haben noch den Ball. IP Puncher hat das geschafft. Aber die kommen euch jetzt entgegen. Schafft er ihn dort zu werden? Schafft er! Ja! Dreier! 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 Aber ich hab mit dem jetzt ein bisschen gut zusammengespielt. Wobei die letzten Meter hat er alleine gemacht, aber das war gut. Weil ich weiß nicht, man links oben, wann man auch... Oh, da musst du glücken, wann man daneben werfen kann. Keine Ahnung, ist mir auch total... Das ist mir total egal, wenn wir das Ding gewinnen. Und selbst wenn unser Kumpel hier alle Tore macht, ist mir das Oreal. Ich würd... Man könnte eigentlich sagen, wenn so ein Dreier Team ist, einer ist der Rammler, also der der Blocker sozusagen. Ja, man kann es sich eigentlich gut zusammenspielen dann. Das ist richtig, ja. Eigentlich könnte man das machen. Weil wenn du nämlich hinter einen hinterher fährst, wirst du nämlich auch automatisch... ...und schaffen. Verdammt, Alter. Wie die hier zu... so zur Seite steigen, Alter. Und daneben wir werfen. Ich krieg die nicht, ich komm einfach nicht hinterher. Nein, die haben hier echt gar nichts, ne? Der hervorbringt echt nichts, Alter. Nein! Nein! Bis gerade war das Spiel, gell? Ja, ich... Der hat sich halt weggedreht. Der hat halt weggedreht. Was ist der war ja? Ey, da, ja, ich kapp's doch hoch. Ich druck, du. Nasen. Der steht hier sogar nur und ich treff den nicht mehr. Geil. Oh, geil. Nein. Ach, falscher Punkt. Oh Mann, hier springen kann, ist die zweite. Springen geht, ja. Ich komm nicht hinterher, ne? Aber wir haben uns auch mal ein Wachblatt. Aber wir haben noch ein paar Minuten zu spielen. Ja, ich weiß. Aber ich weiß gar nicht, also bei 5 war immer Schluss. Also ich weiß nicht, ob die bei 5 Schluss machen. Ja, wenn du, wenn du 5 Punkte gemacht hast. Ne, 5 Punkte hattest du's. Ne, 5 Punkte hattest du's. Also ich weiß nicht, ob die bei 5 Punkte schon kommen. Genau, auch noch. Hat den Ball. Wir haben den Ball. Boah, der ist gesprungen und hat nicht beim Sprung um die... Schatz, die haben mich erwischt. Schatz. Andere Richtung. Der war jetzt wichtig von mir. Ach. Ja. Nein, da hat der Nebel drum. Nein, 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 nein. Wunderbar, 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 wunderbar. Ficken, Alter. Was darf ich denn überhaupt sagen? Oh. Ich treff nichts mehr, ne? Boah, der ist durch zwei durch, Alter. Natürlich zwei durch, Alter. Ach, das bist ja du. Nein! Also mit Ball ist man nicht dran. Alter, hat der mir gerade gesmashed. Wie ne Ball? Ne Ball ist frei, gerade. Jetzt haben die den wieder. Shit. Also von hinten kommen, Alter, hast du echt keine Chance. Ich hab mich snackt, weiter. Ja! 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 Claudio! Nein! Nein! Hol den wieder! Steh auf! Ja! Oh, ich hab beide weggebellert! Weggebellert? Ja! Komm schon! Nein! 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 Oh nein! Und Ball wieder weg. Ich hatte ihn kurz. Ich hatte ihn kurz! Aber noch viel mehr. Aber trotzdem nicht. Jetzt ist das... Das bleibt nicht dabei. Verdammt! Okay. Er hat den Ball. Ah! Cool team! Haben wir noch den Ball? Ja, 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 ja! Der muss jetzt, der muss jetzt rinnen, der muss jetzt rinnen! Ja! 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 Wir haben fünf! Wir haben jetzt nicht gewonnen, du Arsch! Ich weiß es nicht. Es war bei fünf, das letzte Mal immer Schluss. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht, weil es auch 5-0 war. Kann auch sein, was damit zu tun hat. Wir sind so ein Dickarsch, Alter. Oder weil die mit einem Schlag halt drei so eine Dinger gemacht haben. Das kann... Ja! Es ist dabei! Ja, Alter! Und selbst der Sieg! 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 Er hat ja auch alle Tore für uns gemacht. Insgesamt? Achso, ich krieg jetzt welche dazu. Oh, das gab jetzt richtig gerade! 246! 140 Neuer! Hast du nur 10 mehr als Ecke? Wahrscheinlich einen mehr umgerempelt. Wahrscheinlich. Ich würd sagen, Schluss! Wir haben gewonnen! Der Spiel ist geil! Mega, Leute! Wenn Robin das rauskommt, müsst ihr euch das kaufen, das ist mega geil! Wenn der 8 mal verliert, einmal gewinnen, ist es geil! Die Demo läuft noch bis zum 14. Das heißt, das Video, was ihr jetzt gerade seht, ist der 14. Also ihr könnt's nur noch heute spielen. Ansonsten, ja, wahrscheinlich Release erst zu Weihnachten. Aber da haben sie noch nicht so wirklich was gesagt. Und wenn Alphabet da Gamma rauskommt, spielen wir dann auch. Wahrscheinlich. Ich hoffe, der kleine Eindruck hat euch erst mal gefallen. Spiel ist auf jeden Fall ganz lustig und könnte durchaus eine Konkurrenz zur Rocket League werden. Durchaus möglich. Ähm, nur ein kleiner Tipp, wenn ihr Ü20 seid, geht's noch Ü30, wird's am Anfang schwer. Ü40, lass das. Auch wenn ihr euch trotzdem gefallen habt, lasst einen Daumen da, lasst einen Comic da. Vielen Dank, bis zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Abo-Rin und der gute Crazy Wiese. Bis dann!